Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, da haben meine Eltern eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen. Es ging nicht darum, dass sie Angst hatten, dass ich versterben würde, sondern vielmehr ging es darum, ein bisschen Vermögen anzusparen. Das waren, glaube ich, 50 Euro im Monat, die da eingezahlt worden sind. Und das waren damals die gängigen Modelle. Jahrzehntelang laufen natürlich diese Ansparungen. Teilweise merken Verbraucher erst viel später, dass sie da eine Lebensversicherung abgeschlossen haben, die gar nichts taugt oder die am Ende gar nicht viel abschmeißen wird. Das gilt für Lebensversicherungen genauso wie für Rentenversicherungen. Und wenn man dann raus will aus diesen langlaufenden Versicherungsverträgen, dann merkt man, da kommt man gar nicht so einfach aus. Es gibt zwar Anbieter, die kaufen die zurück oder vor allen Dingen auch die Versicherungen sagen, es gibt ein Rückkaufswerk, aber dieser Rückkaufswert, der ist so gering, dass ihr gerade mal, wenn überhaupt, eure Einzahlungen rausbekommt, in der Regel nicht einmal, in der Regel landet ihr mit einem dicken Minus drin. Aber dem allen hat jetzt der Bundesgerichtshof einen Riegel vorgeschoben. Und welche Riegel das ist, was ihr tun könnt, wenn ihr raus aus der alten Lebens- oder Rentenversicherung wollt, das zeige ich euch in diesem Video und gebe auch konkrete Berechnungstipps und zeige euch eine Webseite von uns, auf der ihr das alles genau nachschauen könnt. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, fast die Hälfte aller Lebens- und Rentenversicherungen, die zwischen dem Jahr 1991 und dem Jahr 2007 abgeschlossen worden sind, fast 50 Prozent, die sind widerrufbar. Warum das so ist, das will ich euch gleich erklären. Also normalerweise ist es so, dass Versicherungsverträge innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden können. Also geht es zum Versicherungsvertreter, der erklärt euch eine Lebensversicherung, er sagt, das ist genau das richtige Modell für mich. Einerseits hat man einen kleinen Anteil, Baustein, die echte Versicherung, aber nachher heraus bekommt man am Ende des Lebens, mit 65 kann man sich die auszahlen lassen, teilweise mit 67 bekommt man dann eben sein Geld und bekommt quasi einen großen Batzen, meinetwegen 50.000, 100.000, je nachdem, was man da abgeschlossen hat, an Geld. Genau das Gleiche gilt auch für Rentenversicherung. Aber es könnte sein, dass ihr jetzt merkt, das passt gar nicht mehr so richtig. Das, was ich damals abgeschlossen habe, passt nicht mehr in die heutige Zeit. Und ehrlicherweise, bei meiner Lebensversicherung sind die Zinsen immer so weit runtergeschraubt worden, dass sich das überhaupt nicht mehr lohnt. Die hatten dann irgendwelche Anpassungsklauseln drin, sodass man jetzt sagen kann, Zinsen gibt es dafür eh nicht, nachher kriegt man nur noch das eingezahlte Geld mehr oder weniger raus. Es gibt zwar so eine gewisse Garantiesumme, aber auch die sind immer kleiner geworden. So richtig lohnt es sich nicht. Fakt ist jedenfalls, in dem Moment, wo ihr die kündigt, bekommt ihr eigentlich nur den sogenannten Rückkaufwert. Aber der, naja, deckt gerade mal die Kosten ab. Das heißt, ihr bekommt da ehrlicherweise nichts mehr großartig raus. Also oft ist es am Anfang so, da werden dann die Vermittlerkosten gezahlt, alles in der Ansparphase, es ist quasi weg. Der ganze Aufwand für den Abschluss der Versicherung geht dabei drauf. Und dann habt ihr nur noch eine Handvoll Geld übrig, wenn ihr jetzt kündigt. Also das ist sozusagen der Rückkaufswert und der ist erstmal verdammt gierig. Anders allerdings, wenn ihr nicht kündigt, sondern vom Widerrufgebrauch macht, dann gibt es im Schnitt um die 10.200 Euro zurück über alle Versicherungen, die wir so ermitteln konnten. 10.200 Euro. Und da gibt es auch die Vertragsabschluss- und Verwaltungsgebühren zurück. Das ist das Interessante. Wie kommt es dazu? Nun, der Bundesgerichtshof hat das jetzt entschieden. Der hat sich mit einem Fall auseinandergesetzt. Da ging es um den Widerruf einer Rentenversicherung, die am 1.12.98 abgeschlossen wurde. Und in den Versicherungsbedingungen, die hat der Kunde die Versicherungsbedingungen erst erhalten mit dem Versicherungsschein. Also er wurde vorher nicht über sein Widerrufsrecht aufgeklärt, dass er 14 Tage sich das Ganze anschauen kann, sondern erst danach. Und das hat dazu geführt, dass die gesetzliche Widerrufsfrist gar nicht angefangen hat zu laufen. Das heißt, er hat mehr oder weniger ein ewiges Widerrufsrecht. Und davon hat der Kunde Gebrauch gemacht. Jetzt gab es im Versicherungsvertragsgesetz eine Regel, da stand drin, ja, ja, dieses ewige Widerrufsrecht wird aber auf ein Jahr gekürzt. Also es ist gar nicht ewig, sondern ein Jahr. Und da hat der Bundesgerichtshof jetzt gesagt, naja, erstens Fehler der Versicherung. Sie hätten vorher vor Abschluss, also sie hätten nicht zu gierig sein dürfen und nicht zu schnell die Kunden in irgendwelche Verträge schüpfst. Sie hätten sich schon ordentlich belehren müssen. Denn das ist unser Widerrufsrecht in Deutschland, dass man denen vorher sagt, hey, nimm erstmal den Vertrag, schließ den erstmal ab, sei 14 Tage fein damit und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du in den 14 Tagen Widerruf bist. Haben die nicht gemacht. Und da sagt der Bundesgerichtshof, ja, die Strafe dafür ist, so steht es im Gesetz, ewiges Widerrufsrecht. Und dieses Versicherungsvertragsgesetz, weil das war Paragraf 5a Absatz 2 Satz 4 Versicherungsvertragsgesetz alter Fassung, das sah eben einer löschen, dieses Widerrufsrechts auch nach einem Jahr vor, selbst wenn man gar nicht belehrt worden ist, nach einem Jahr kannst du aber gar nicht mehr machen, da hätte es jedem auffallen müssen, dass man nicht belehrt worden ist. Da sagt der BGH, nee, das steht im Gegensatz zu Europarecht, zu absolutem Europarecht. Der Paragraf in Deutschland, der 5a Versicherungsvertragsgesetz, der ist illegal und der ist deswegen nicht anwendbar. Der große Vorteil für euch, es müssen wirklich alle Zahlungen erstattet werden. Man nennt das ungerechtfertigte Bereicherung. Die Versicherungen sind ungerechtfertigt bereichert und müssen euch dann die Knete zurückgeben. Das Einzige, was sie behalten dürfen, ist dieser kleine Baustein für das Element Lebensversicherung. Denn klar, sie haben euch ja auch versichert. Aber den ganzen Vermögensaufbauteil, den müssen sie euch zurückgeben. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr was zurückbekommt, dann haben wir was mal vorbereitet für euch. Nämlich eine Website, da könnt ihr erstens alles nochmal in Ruhe nachlesen. Ist selbstverständlich hier unten in der Caption drin. Aber das möchte ich euch hier kurz zeigen. Wir haben einen kleinen Rechner programmiert. Hier, das geht ganz simpel. Ihr sagt einfach, welche Lebensversicherung habt ihr? Irgendeine Achserversicherung beispielsweise. Ihr sagt, aus welchem Jahr die Achser ist. So, meinetwegen nehmen wir 1999. Sagen dann zum zweiten Schritt. Und da muss man sagen, wurde der Vertrag gekündigt? Meinetwegen nein. Und hat man schon wieder rufen? Nein. Und dann sieht man hier, ja, das ist höchstwahrscheinlich, wird das dazu führen, dass man wieder rufen kann. Und dann kann man entsprechend sich hier kurz angeben. Wir schauen uns das nochmal im Detail an. Zusammen mit unserem Kooperationspartner HelpCheck. Die haben schon Zehntausende dieser Versicherungsverträge rückabgewickelt. Und dann könnt ihr eben schauen, ob das was ist für euch oder nicht. Der ganze Erstkontakt, die ganze erste Beratung, der ganze erste Check ist natürlich kostenfrei. Für euch allerdings eine sehr gute Möglichkeit, wenn ihr eben Verträge zwischen 1991 und 2007 habt. Da ist fast die Hälfte fehlerhaft, enthält fehlerhafte Belehrungen. Und nach 2007 gibt es auch noch etliche, die fehlerhaft sind. Also wenn da unser kleiner Check, der unten in der Caption verlinkt ist, grün anzeigt, dann kann man auch mal das Ganze kostenlos überprüfen lassen. Und dann kann man sich noch überlegen, will ich das jetzt zurückhaben, das Geld oder nicht? Lohnt sich das? Habe ich jetzt gerade ein Hausbauprojekt meinetwegen? Oder will ich mir ein neues Auto kaufen? Kann dafür das Geld besser gebrauchen? Dann ist das bestimmt eine gute Möglichkeit für euch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder was Neues beibringen. Falls ja, belohnt uns mit einem Abo oder wenn ihr eine Lebens- oder Rentenversicherung habt, checkt es unten aus in der Caption. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Dafür habe ich noch zwei Videos für euch vorbereitet. Die seht ihr hier. Damit könnt ihr die Zeit hervorragend bis morgen überbrücken, denn da gibt es dann das nächste Video. Euch an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr meine Zuschauer wart. Tschüss und bis zum Morgen. Tschüss und bis zum Morgen.